was geht leute ich bin der kurve stadt zu kanal wie gesagt wir haben heute einen film gefunden gesehen wo wir nach hause gefahren sind ist hier sanuka und hat das gebraucht zur frage ob man ein foto macht haben wir auch gemacht wie gesagt ihr braucht keine angst zu haben ihr braucht keine angst zu haben wenn ihr gerne froh zu haben und haben möchte gut gemacht sie freuen uns ihr freut euch und ja ja die planen sind wir das war's von mir und irgendwann gucken wir uns noch ein paar andere videos aber wie gesagt hat Spaß von mir tschau